Guten Morgen, liebe Bewohner! Es ist Mittwoch, der 1. November 2023, 8.10 Uhr hier auf Seychelles. Hier nun das Neueste für heute. Dank eurer regelmäßigen Einkäufe läuft Nuxladen wirklich gut. Und zwar so gut, dass der Platz im Laden einfach nicht mehr ausreicht. Deswegen ist ein Umbau geplant, damit das Sortiment erweitert werden kann. Dafür wird der Laden morgen geschlossen und auch die Verkaufskiste ist nicht verfügbar. Wenn ihr als etwas kaufen oder verkaufen wollt, kümmert euch besser noch heute darum. So, zum Abschluss habe ich noch etwas Besonderes anzukündigen. Der unglaubliche und vergleichliche Musiker K.K. begehrt uns heute auf Seychelles. Und nicht nur, dass er ein Konzert für alle auf der Insel gibt. Wir übertragen live. Genießt die Show! Hey Seychelles! Es ist richtig abgefahren, heute hier zu sein. Das war immer mein Traum. Schon damals als junger Welpe mit einer Papiergitarre. Pa... was? Ich seh noch wie gestern aus. Ich wollte auf eigenen Pfoten stehen. Dorthin gehen, wohin meine Straßen mich führen. Immer auf der Suche nach einem magischen Ort, wo coole Leute wie ihr gemeinsam abfeiern. Und einen Streuner wie mir zuhören wollen. Ah, Schluss mit den sentimentalen Erinnerungen. Legen wir los. Zeit für den Groove. Jawohl. Dieser hier ist für euch coole Leute auf Seychelles. Er heißt New Horizons. Er heißt New Horizons. Er heißt New Horizons. Untertitelung des ZDF, 2020 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 paar Meilen investiert. Mit entsprechender Berechtigung darf man dann nämlich sogar Plateaus oder Flussläufe anpassen. Ich sag dir, wenn du erstmal ins Inselgestalten hinein schnupperst, wird es für dich keinen Halt mehr geben. Einmal war auch klar, das war noch umzählt. Da hast du schon jetzt viel Spaß beim Sammeln der ganzen Gestaltungsberechtigungen. Hachsischellen hat sich wirklich zu einem Inseljuwel gemauert. Ja, ja. In der Zukunft will ich unsere Bewohner noch mehr in der Gestaltung unseres schönen Stück Landes einziehen. Die Zukunft ist rosig, Tobias. Und noch immer, wir freuen uns schon jetzt auf weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dir. Deine Ideen physischellen werden auch in Zukunft goldwert sein. Davon bin ich überzeugt. Wow, was für ein Auftritt der Kekke hingelegt hat. Jetzt wird langsam der Alltag wieder einkehren. Aber das heißt nicht, dass man jeden Tag nicht genießen sollte. Mein Nugfunk klingelt. Hallöchen. Hier ein App aus Snooks Laden am Apparat. Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 16.800 Sterne. Das ist auch dein Konto bei Wissen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig dieses Angebot nutzt. Bis dann. Bis bald. Hoffentlich im Laden. Ich habe das vorgelesen, weil ich glaube, wir sagen da schon was dazu zum Ortsbau. Upsi. Traum von Eigenheim. Nice. So, und jetzt ins Service Center. Es gibt... Was noch? Aber es gibt einige Neuerungen, wollte ich sagen. Das ist dann bei den Konzerten wahrscheinlich. Ja. Okay. Ich freue mich über jedes Paketchen. Nur mal. Ich habe mich nämlich schon ein bisschen erkundigt. Oh, Tobias. Entschuldige, ich war gerade in Gedanken. Eigentlich gefällt es mir, aber ich überlege, hier wegzuziehen, ein neues Leben anzuhören. Nein. Nein, bleib. Es stimmt wohl schon, dass das Leben auf die Tänzl nicht so gut ausgekostet hat. Wenn du wirklich willst, das bleibe, dann sollte ich wohl erst mal von meinen Plänen abziehen. Vielen Dank. Ich, 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 ich bin dir so dankbar. Ich liebe dich wirklich. Du bist so eine Liebe. Ich habe dich extra mit viel Mühe geholt. Bitte bleib. Ich muss jetzt zu Tannock. Alles andere besprechen wir später. Oh, hallo Tobias. Jetzt hast du schon einen Keller. Nicht viele Leute haben ein Haus, das so beeindruckend ist wie deines. Dann gäbe es noch eins. Das bezahlen wir so. Warte ab. Aber er freut sich immer so. Es gefällt ihm so, dass er Geld macht. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht... Was? So viel? Okay. Wundert mich. Nein, hallo. Ja. Okay. Danke. Mache ich? Ja. Schauen wir mal, ob sie jetzt das schon gibt. Wenn nicht, muss ich mir wirklich ein Tutorial reinziehen. Ah. Das kaufen wir gleich alles. Ne? Gibt es das nicht? Wieso nicht? Was für einen Fortschritt braucht man? Okay, vielleicht liegt es daran, dass man alles haben muss. Schauen wir mal. Hm? Ich werde nach dem Part googeln. Oder ich werde dazwischen cutten, weil mich das interessiert. Hm? Mich würde es interessieren. 8000 Minuten, weil ich muss jemanden noch aufheben. Und Shopping, da kann ich trotzdem mal einkaufen. Ich brauche mal noch einer. Oh, ja, komm. Hast du es schon? Dann bestelle ich mehr. Das war es jetzt. Genau. Und das werde ich mir bestellen. Tag der Toten. Stimmt. Tag der Toten. Tag der. Ach so. Ich muss ein Haus kaufen. Ich bin dumm. Höhöhöhö. Aber es wundert mich, dass es noch nicht geht. Hm? Das ist jetzt schade. Ich muss das jetzt machen. Dann guck mal hin. Na? Dann kaufe ich das mal. Hm? 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 damit mein geht es echt gut voran ich gebe auch nicht zu viel aus wirklich nur das meine was braucht mir gefällt und ich tue nicht extra meinen farben oder so ich mache das wirklich so wie ich das will und ab und zu ist es halt wirklich so dass ich wenn ich jetzt krieg ich es gut und ich auch nicht nicht unbedingt sage ich warum uns das haben ist es nicht was ich will noch nichts dabei Schaden. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich in dem Let's Play so erfolgreich bin, was ich schon gar nicht gedacht hätte, dass ich so schnell eine wirklich extrem schöne, sag ich mal und wirklich so Drei-Sterne-Insel aufbauen. Hm, ich löse jetzt ein. Ja, mach ich. Jetzt kann man mit dem Strahlkreuz bearbeiten, das hier. Ganz groß hier nicht geht, dass man das Gefühl ist, mit dem Strahlkreuz auch zu laufen. Alla? Nee. Das ist schon mal. ja dann schauen wir raus wir sehen uns gleich wenn ich geschaut habe was benötigt wird bis gleich ich schaue jetzt nochmal weil eigentlich müsste das verfügbar sein schauen wir uns einfach mal übersehen haben aber nicht so aus na da muss ich doch nochmal gucken kann man nichts machen ok ich habe feststellen müssen sowas genaues gibt es glaube ich gar nicht wie das jetzt genau funktioniert würde mich sehr interessieren aber ich kann es euch jetzt im moment nicht sagen weil ich selber nicht weiß vielleicht ist es mal dabei vielleicht auch nicht ich weiß es nicht oh hallo tobias liebe kürtet auch das geschaut ja hier kommt da bist du schuldenfreie her und bietet garantie auf lebenszeit ja das lagen wir damit das lagen wir dann Okay. Ja. Nee. Aber das wäre doch viel lieber, wenn sie das gleich dort machen. Okay, na dann werden wir jetzt ein bisschen rumdesignern. Okay. Stimmt, ab dem 1. November gibt es Pilze. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und bei der Larbe passt eh. Das ging eher hier rum. Insel. Ja. Hm? Wo arbeiten beginnen. Hm? Ja. Hm? Ja. Hm? Ja. Jetzt kriegen wir viermal eigentlich was. Ja. 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 Gut. Hier kommt nochmal ein Grundstück hin. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du musst definitiv umziehen. Wir müssen halt auch mal kurz warten. Wir müssen halt auch mal kurz warten. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das schauen wir uns später an. Okay, das geht. 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 Okay. 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 Das war's für heute. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir uns hoffentlich die Kochsachen uns erholen können. Das war's von mir aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.